Ja, hallo, mein Name ist Andreas Stirnagel. Ich begrüße dich zu diesem Video. In diesem Video wird es um die Expansion von der Firma Fairwell gehen. Auch Fairwell wird wachsen, auch in anderen Ländern. Derzeit sind wir in Deutschland und Österreich. Die beiden Standpunkte sind da gestartet seit dem 1.6. November. Und jetzt denken wir natürlich auch schon etwas weiter in unserem Team und werden natürlich schon mit den nächsten Ländern anfangen, diese aufzubauen. Und du kannst dabei sein. Ich zeige dir gleich mehr. Bleib dran. Ja, da sind wir wieder. So, und ja, welche Länder wird es denn geben, wirst du dich fragen. So, ich werde dir jetzt einfach mal ein kurzes Video einspielen, das ich hier im Internet gefunden habe. Und das wurde auf unserem Event, also auf der Firma Öffnung, am 4.11. gezeigt. Und da siehst du dann ganz einfach mal, welche Länder kommen werden. Da es ein bisschen unleserlich ist, werde ich dann aber auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Und da siehst du dann. Ja, wie du gelesen hast, wie groß ist der Kuchen, den du dir abschneiden möchtest? Ja, du hast hier die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Verforsch mich einfach, schau dir an, hier unterhalb oder gleich zum Schluss werde ich hier oben in so einem Kreis erscheinen. Da kannst du mich abonnieren und wir werden dir natürlich helfen. Ich will das einfach nochmal zusammenfassen. Also im Januar 2018 fängt die Prilanschphase an. Was heißt das? Wenn du jetzt aus Deutschland heraus, vielleicht Menschen aus Frankreich, aus der Schweiz oder aus Spanien kennst, gar kein Problem. Vielleicht bist du auch ein Landsmann oder eine Landsfrau aus diesem Land, kennst Menschen, die da drüben, also in deinem Land, wo du aufgewachsen bist oder auch vielleicht hast du Freunde dort, die man ansprechen kann. Warum nicht? Biete doch diesen Menschen eine Chance, sich zu verbessern in ihr Leben. Also wie gesagt, Januar 2018 haben wir die Prilanschphase in Frankreich, in der Schweiz und Spanien. Dann werden wir, wo viele schon drauf behalten, warum viele drauf behalten. Ganz einfach, weil der Herr Ilan Dogan, unser Firmengründer, selbst auch aus türkischer Abstammung ist und natürlich auch damals in seinem Network, wo er tätig war, auch eine große Struktur aufgebaut hat und alle wissen, was es heißt, in der Türkei natürlich ein großes Geschäft zu haben. Bist du Türke, hast du Lust, in einem großen Unternehmen mitzumachen? Auch hier unterhalb diesen Videos findest du den Link, wo du dich heute schon registrieren kannst. Nicht für die Türkei, nur für Deutschland und Österreich zurzeit, aber wir werden dir zeigen, wie du dein Geschäft dann in der Türkei aufbauen willst. Ab September 2018 fängt die Prilanschphase an, ich sag mal mit Resteuropa. Einfach mal ein paar Länder genannt, England, Holland, Belgien, Italien und alles, was da noch so, Irland und so weiter, was da oben noch dazugehört, im Norden. Auch diese Länder werden wir haben. Und dann zum guten Schluss werden wir im Januar 2019 mit der Prilanschphase anfangen, in einem sehr großen Staat, und zwar in Russland. Und da warten natürlich schon sehr, sehr viele drauf. Mittlerweile haben wir ja auch in Deutschland schon sehr viele russisch absterbende Menschen hier wohnen. Und die haben natürlich auch noch Kontakte nach Russland. Und Russland ist ein Markt, ein riesengroßer Markt. Und das Schöne ist, bei allen Ländern kannst du einer der Ersten sein. Und was bedeutet es einfach, bei den Ersten zu sein? Dann, hier gibt es welche, ja, ich rede einfach mal von meinem Sponsor. Er war einer der Ersten in Deutschland, ja, und hat am ersten Tag einen Bonusscheck, oder beziehungsweise in seinem E-Wollett, 4.000 Euro stehen gehabt. Weil er mit einer von den Ersten war. Und natürlich die Arbeit dafür getan hat. Und das kannst du auch. Lieber Interessent, lieber Freund, lieber Videoschauer. Auch das kannst du auch, wenn du es denn möchtest. Was ist jetzt zu tun? Nichts, nichts schweres. Lass uns es hier in Deutschland und in Österreich jetzt aufbauen. Wir gehen zusammen in die anderen Länder. Wir werden dir natürlich auch helfen. Und dir zeigen, wie du in deinem Land oder in anderen Ländern natürlich auch selber erfolgreich werden kannst. Okay, unterhalb dieser Videos findest du natürlich, wie gesagt, den Registrierungslink, dass du in unseren Team reinkommst. Zusätzlich findest du Kontaktdaten, falls du noch Fragen haben solltest. Und natürlich freue ich mich auch, wenn dir dieses Video gefallen hat, oder auch nicht gefallen hat, über einen Kommentar. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einfach mal einen Daumen nach oben. Freue ich mich auch drüber. Und ich weiß dann auch besser, ob mein Video angekommen ist oder nicht. Okay, in diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss, Bye Bye. Und eventuell sehen wir uns ja in meinem Team oder irgendwo auf einer großen Bühne von Fairway. In diesem Sinne, Ciao, Ciao.